BR 2018 Das ist ja ... Das ist ja unheimlich. Bei mir ist heute ein Kobold aufgetaucht. Und der heißt Pumuckl. Ich bin wieder da! Heißer Hurtar! Tra-i-tra-ra! Ich bin wieder da! Halli, hallo! Herr Eder, stellen Sie sich vor, die Magiaros wollen den Pumuckl fangen und eine Zirkusnummer aus ihm machen. Einen Pumuckl, den kann man nicht fangen, weil der Pumuckl ist ein großer, schlauer, zauberer Pumuckl. Dem kann niemand was tun. Ui, das ist aber eine komische Stadt, wo die Häuser Räder haben und die Pferde bucklig sind. Das gibt's ja nicht da. Ich spiele den. Ich hab doch nur keinen Sohn in Stichheit. Ah! Ui! Nein, 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 nein. Wiedersehen, Herr Eder. Epa! Was ist denn da los? Wo kommt das Eis her? Pui, Sultan! Pui! Was ist denn das für ein Trick? Pui! Um Gottes willen. Da ist er, der Kumpold. H-h-h! Kratzi! Ohh, Sapperlund. Kränke ich dich! H-h! H-h! Na, warte! Oh, kann ich so gelesen, wenn ich wieder draußen bin. Pui! Pui! Ich bin wieder da!